Hallo, ich bin Rapcon, und heute geht es weiter in Snipe-Helite, Nazi-Zombie-Army, Kapitel 2. Auferstehungskirche, auf geht's. Kann dir nur übel enden? Nein, nein, wir packen es. Na, eine Auferstehungskirche in einer Nazi-Zombie-Apokalypse. Berlin ist tot und alle Menschen, die hier stehen, sind verletzt. Ich mag diesen Briten. Schön. Ich freue mich noch auf den zweiten Teil. Die Zombies fallen hier von der Decke. Krank. Also, ich glaube, ich bin wieder drin. Sehr gut. Oh Gott, es sind viele. Da sind hier auch so viele. Kommt hier alle her. Deutsche. Aber... Verdammt. Ich zähl mir Brot. Verdammt. Ja, verdammt sind sie natürlich. Aber irgendwie schon beeindruckend, dass sie es überhaupt geschafft haben. Wenn man mal bedenkt, wie hart die Nazis ansonsten bei Sachen gelappt haben. Etwas wie du. Ja, dass sie hier diese ganze großflächige Nazi-Zombie-Wiederbelebung überhaupt gepackt haben. Wenn man mal bedenkt, wie die bei den ganzen anderen Sachen gelappt haben. Ich meine, zwei Fronten Krieg führen, aber dann so eine Scheiße fertig kriegen. Aber ich glaube, gut, das ganze Land in Nazi-Zombies zu verwandeln, ist, glaube ich, auch so eine Art Rage-Quit. Wir können ja Hitler befragen, was er sich dabei gedacht hat. Ich guck dir das fest an. Ego wird ja auch latschen. Schlachtfest. Damme denn. Schießstand. Na! Wie kann man so scheiße ziehen? Wie scheiße was ist denn? Oh Mann. Wie die rumstolpern, Alter. Aber gut, meine Waffe hat auch Bullet-Tor. Er soll landern. Nein, er hat auch Bullet-Drops und nicht, aber kann er jetzt vielleicht... Ja, jetzt sind wir noch ein paar. Trotzdem kein Grund, dass die Zombies sich da und umdrehen. Sie suchen uns. Sind das eigentlich sehende Zombies oder hören die uns nur? Äh, dude, ich kenne mich nicht so mit Nazi-Zombies aus. Das müsste man aber mal klären, wenn man überleben will. Ich würde mal sagen, die sind einfach... Die stolpern einfach rum und greifen an, was immer sie sehen. Ich meine, die haben diese großen glühenden Augen, deswegen werden die ja nicht blind sein. Die haben mich mit zu viel Zeit gelassen. Ja, hast du. Ist da noch keiner hinter uns, das ist gut. Haben wir auch alle ausradiert im Haus. Kommt die nicht aber auch durch den Eingang rein, wenn man die nicht schnell genug auf dem Platz weg holt? Nein. Ich glaube, wir können uns hier ewig Zeit lassen. Ich bin weg. Läuft bei dir. Da ist dein Internet einfach tot. Äh, nein, mein Eltern lebt noch. Oh. Ich wollte gerade unanständige Sachen mit deinen... ...AFK-Typen machen. Äh. Läuft die Aufnahme noch? Ich glaube, das geht nämlich noch. Ja, sie läuft. Cool. Deswegen, umso schöner, dass man im Ansatz sieht, was ich mit dir vorhatte. Ich bin ja gerade zur rechten Zeit wiedergekommen. Zur rechten Zeit. Wirklich? Ja, wirklich. Das Spiel heißt nicht... ...Sniper Elite Hippie Zombie Army. Aber das würde ich mir gerne, davon abgesehen. Eigentlich heißt es ja nur Zombie Army in unserer Version. Ja, aber ich meine, das sind schon sehr spezifische Zombies. Ich meine, was soll hier aus, was für Zombies umlaufen in Schland? Ich könnte jetzt was sagen, aber... ...ich weiß nicht. Dude, dafür sind wir in dem Fall geschehen. Für das, was du sagen wolltest. Was wollte ich denn sagen? Weiß nicht. Juden-Zombies? Nein. Nicht? Nein. Ich dachte mir so viel Juden-Zombies raus. Ich meine... Weil ich so einen Kommentar meinte wie... Was sollen jetzt das für Tote sein? Aber okay. Wo bist du überhaupt? Ach da. Mir geht langsam die Sniper-Money aus. Muss man mein Gewehr benutzen. Mein Sturmgewehr! Gute Idee eigentlich. Was? Sturmgewehr. Das ist lit. Gute Idee. Das stimmt. Du machst das. Ich muss erst mal ein bisschen Lee Enfield Money holen. Kommt schon Leichen. Hinter dir sind übrigens auch welche. Jetzt bin ich froh, dass wir Fancy Fire aushaben. Wieso? Oh shit! Oh shit! Sie sind auch hinter mir. Und sie sind untot. Ich werde überrannt. Das hat's jetzt nicht so gebracht. Das ist ein Spray. 3-4-1, ja. Vorsicht, Karnate. Das ist ein Spray. 3-4-1, ja. Okay! Gib' ihn! Lettes Magazin. Das ist jetzt mal cool. Ich glaub es hat uns auf den Colt. Was zur Hölle? Alles gut Ich geh skype immer für so ungefähr ne Minute weg Von dir Gott, die Untoten kommen So viele Untote Wie wunderschön das ist Ich finde das Lighting ist echt stimmungsvoll Von der Engine her nicht gut aber sehr sehr stimmungsvoll Ich meine ohne Scheiß Jeder Frame von diesem Spiel sieht aus wie ein Glorious Bastard Schön ne? Kommt jetzt nicht der Schwabbel? Ja, der kommt jetzt irgendwo Ja 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 Ich weiß nicht Guckt der schon an? Keine Ahnung Ja irgendwas, ja da ist er Verdammt So hier Ja du willst es doch auch So hatte ich mir Koop vorgestellt Abgesehen davon, dass sie mich jetzt fast umbricht Dude ich pack ne Landminie, gehen wir in den Gang Cool Jetzt fällt Joe dein Gedanke Der Heavy is down Echt? Ja Ich stank an neues Ziel Dann ist ja generell Ist generell die letzte Welle weg Könntest du das Ding wieder aufheben oder? Nein Schade Sorry Zwei Dioden in Gedanke Na besser als wenn wir drauf gehen Ist ja nicht, dass es nicht noch genug Landminen hier gibt Du hast ihn auch grad nicht Ich schies mit ner Pistole, die ist auch ungenau Ist das der Thompson? Ne Ich hab mir doch mal Zeit, ich kann mal wieder Muni gebrauchen Hast du einen Bunker gefunden? Ja 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 Und welche Zombies? Da hätten die Zombies gerade was verspeisen Ja 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 Weil weghole Hast du's bald mal, Alter? Das waren nur vier Muni, Muni, Muni Flinte? Ich hab hier Mucke in diesen ganzen Bunkern Da 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 Ha Oh Mann Na dann, Zeit diesen Part zu wenden Noch in eine Floskel Nein, alles cool Dann, auf Wiedersehen